Herzlich Willkommen meine Damen und Herren zur ersten Staffel der vierten Episode der vierten Folge von The Walking Dead Für mich ist wieder mal ein Tag vergangen, weil ich nämlich nach der Folge habe ich mich erst mal ins Bett gehauen, weil es irgendwie drei Uhr nachts war und ich hatte noch Termine, aber das Spiel hat leider zu viel Spaß gemacht Aber es geht weiter, wir suchen Clementine Clementine, bist du hier? Wo ist sie? Clementines Zeichnung Clementines Zeichnung Aber wo ist sie? Clementine, komm raus, bitte! Ich glaube nicht, dass sie weg ist Oh hey, du hast es zurückgekommen Good job, good job! What the hell do you think you're doing? What does it look like? Where did you get the bottle? Found it. First good thing that's happened since... Give me the flashe Kenny, come on, give me that Kenny, give me the damn bottle Get the fuck away from me Getting wasted is not gonna help anyone Yeah? Well what is? We are fucked Molly said there's not a single boat left in Savannah No way out We got walkers all around us That crazy fuck on the radio messing with us Hell, if now ain't the time for a drink What? Clementine, are you here? No way out Kenny is totally verzweifelt Hmmmm Is there anything else? Ah, yes, here Clementine! I'm sure you're in the closet It looks like she's inside there Good job, Sherlock Holmes We have found that with a more detailed attention We can go out In the garden can we go out Clem? Clementine? Clemm Boots, Boots, Boots Clementine Clementine Hmmmm Clementine Schuppentier Schuppentierungen mit Blut Ich glaube nicht, dass niemand durch da kam Hm Clemm Clemm es dir mal Wo bist du denn? Ich weiß nicht, können wir da hinten noch irgendwas machen? Nö Bist du denn in dem Schuppen da drinnen? Oui Ich sag dir, du sollst nicht alleine weggehen Was habe ich dir gesagt, dass ich auf euch auf ihr Ich weiß, ich weiß, bleib zu dir Aber du warst nicht hier Und schau, schau was ich gefunden habe Voll die Tür in die Fresse Ein Bursch Wow 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 Ich weiß, richtig? Gell? Hä, schon, das ist wirklich toll, gell? Oh Gott Ich weiß nicht, richtig? Das ist wirklich toll, gell? Oh Gott Ich weiß nicht, richtig? Das ist wirklich toll, gell? Wie geht es um Müt? Wie geht es um Müt? Ich habe das, was ich für ihn Ich habe das, was ich für ihn Ich habe die Wunschung Aber er hat eine wirkliche infekte Ich habe eine wirkliche infekte Ich habe eine Fische Ich habe eine Fische ohne Antibiotika Ich... Du hast es zu verholt, Du machst alle nervös Warum bist du hier? Hey, wenn du dein Freund wirklich kann das Boot arbeiten, du mit mir mit dir als Geld für die Schuppen für die Schuppen Ich denke, das ist recht gut, nicht wahr? Will? Will? Willst du die guten oder die schlechte? Ich denke, wir können alle gute Sachen nutzen Die gute Sachen ist Die gute Sachen ist Die Bote ist genug in ziemlich gutem Form in ziemlich gutem Form in ziemlich in ziemlich Das ist die schlechte Sachen Die Gas-Tank ist empty und ihre Batterie ist tot Wir müssen beide bequeren bevor sie uns zu irgendwoher Was müssen wir das alles Was ist mit Crawford? Ich denke, Crawford ist der einzige Ort, der hat alles, was wir brauchen Vielleicht sollten wir da versuchen jetzt Moment Wir müssen versuchen Wenn es gibt Menschen in dieser Stadt die noch leben die noch haben die noch haben was tun? Ich glaube, Sie wissen nicht diese Menschen Ich weiß Sie sind mit einem wunderschönen vielleicht sie nicht mit offen Was der 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 die der 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 Wir haben Wie genau wirst du das machen? Weil, von dem ich gehört habe, dieser Ort ist nicht ganz freundlich für den Outsiders. Wir negatieren mit ihnen wie zivilisierte Menschen. Wir müssen etwas interessiert werden, wenn sie in Trades nehmen würden. Negatieren? Mit Crawford? Mal wieder, ich muss euch zu erinnern. Ihr habt keine Ahnung, was diese Menschen sind. Sie wollen, was sie wollen, und dann entscheiden, was sie nicht zu lassen. Also, was? Keine Ahnung? Vielleicht gibt es einen Weg. Ich weiß, das Wasser-System, die hinter Crawford läuft, wie die hinter meiner Hand. Ihr habt keine Ahnung, dass sie eine Karte haben. Ja, in Wahrheit. Ich denke, ich kann uns durchführen, damit wir über den Perimeter gehen, und direkt in den Zentrum, wo sie sie behaupten. Wir kommen direkt hinter ihnen, mit der Überraschung, wir nehmen was wir brauchen, und rauskennen sie überhaupt was sie. Okay, das ist nicht schlecht. Das ist besser. Ich habe gedacht, das vorher schon, ich habe es nur niemals die Leute zu tun. Aber ich denke, wenn wir alle zusammenarbeiten, wir können es wegziehen. Wir werden nicht zurück, für alle diese Hilfe, die du uns hast. Garford hat nicht nur das du hast für dein Boot. Sie sind auch gut mit den Medikament. Medikament, die meine Leute nutzen können, nur wie deine. Wir können das tun. Wir müssen das tun. Wir müssen das tun. Also? Es ist dann entschieden? Wir gehen nach Crawford? Anyone else hat ein Problem mit diesem Plan? Weil wir brauchen alle von uns, um das zu entfernen. Mann, ich weiß nicht. Ich weiß nicht über dich, Kind, aber ich würde lieber eine Chance machen, etwas zu machen, als einfach zu sitzen, hier zu warten. Das Boot hier ist eine Antwort. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich muss nur ein bisschen weiterentwickeln. Sie sind in oder aus? Wir müssen heute Abend gehen, unter dem Schmacken. Ich werde meine Leute wissen. Ich werde euch alle eine Chance vorbereiten. Ich werde zurück, vor der Nacht. Wichtig. Wichtig. Das ist so, ich bin immer wieder жив. Ich habe dir gesagt, zu bleiben in deinem Raum. Wie lange hast du da? Das wird gefährlich sein? Das wird gefährlich sein. Das wird gefährlich sein. Crawford. Ja. Ich kann nicht zurück zu dir, Cliff. Ja. Das wird gefährlich sein. Aber es ist der einzige Weg, die Dinge, die wir brauchen, um sie zu machen, und sie alle zu arbeiten. Ich will, dass Clementine auch ehrlich wird. Du verstehst? Ich will niemand anderes sterben. Ich auch nicht. Ich bin ich, Clementine. Aber manchmal müssen wir diesen Riesk nehmen. Ich glaube, ich sollte bereit sein. Oh? Sag was jetzt? Du sagst, du brauchst uns allen, um das zu tun zu tun. Und du sagst, ich bin eine große Hilfe. Schmerz? Mhm. Ich habe immer gesagt, Crawford ist das einzige Ort, in Savannah, das noch Menschen hat. Das bedeutet, wo meine Mutter und Vater sind. Genau? Ein Kind ist gefährlich. ist es gefährlich. Für Kinder insbesondere. Du sagst, ich sollte immer zu dir bleiben. ich will bitte kommen ja du darfst mitkommen sie kann ja nützlich sein ja Ah. Check out what I found in the garage hatchet hacksaw some other tools might come in handy on this little break in nice and I talk to you a minute what's up I took another look at the boat she's a 30 footer so so we're gonna have a capacity problem boat that size ain't gonna hold more than five people even with one of them a kid assuming everyone makes it back alive it's still one too many even if we cut Molly loops before this is over I'm gonna have to make a decision you're not serious look I'm just saying if we want best chance of who the hell is this this is Bree she can help us I was a student at the school where Crawford keeps their supplies I know the layout with her help were in and out faster anyone have a problem with that I guess not then what are we waiting for let's get moving hold up just a sec you ready ready whoa hold on a minute you're not taking her with us did you not hear anything I said about the kind of place Crawford is if you take her in there and they find her it's not for the bait for the decisions made for what it worth I don't think it's a great idea either she's coming deal with it you heard the man let's move out immer in meiner nähe immer for ever 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 ich überlege gerade Crawford könnte so sein wie aus der Serie mit dem Governor das sollte es sein, wir sind gerade unter dem Zentrum von Crawford die alte Schule sollte direkt vor uns sein ok people, this is it remember the plan we stay quiet, we stay hidden and we stay together we find what we need and we get the hell out before anyone even knows we're there got it? and that part about staying close that goes double for you warum was ich zuerst? das war nicht mein Plan das sieht verlassen aus sieht verlassen aus ich denke, ich sehe einen da vor der Tür ok ich und Kenny versuchen ihn zu entfernen und versuchen ihn zu entfernen den Rest von euch warten für unser Signal dann folgen uns über jeder hat es? ok Kenny lass uns das zu entfernen kein Schuss ohne Schuss ohne andere Wahl genau hinter dir ok was werde ich denn aber gleich umbringen? was werde ich denn noch nehm was ziehe ich glaube es ist ungefähr ein kleiner Zwischenfall wer die was ist ein walker hierin? komm rein rein! schnell! Geil! Eine Schule eingesperrt. Nichts besser als sowas. Ich bin sicher. Was ist denn gut? Was ist denn gut? Ich bin sicher. In der Zeit, alle in Crawford waren wunderschön und haben Wunsch. Jetzt sind sie schade und nicht. Hey, versuchen wir auf der Wichtige Seite an hier. Ich glaube. So lange als wir sie nicht in den Boxen können, können wir das noch machen. Der Plan hat nicht verändert. Der Plan hat nicht verändert? Every time Walker die Walken auf, der Plan verändert. Hast du überhaupt eine Idee, wie viele von ihnen da sind? Nein. Du gehst ein Kampfer? Oder willst du das, was wir brauchen und rauskommen? Komm her. Ich denke, ich weiß, welchen Weg zu gehen. Ich habe ein schlechtes Gefühl über dich. Das habe ich schon die ganze Zeit über dich. Dass du immer noch hier bist, ist ein frecher. Also der kommt mir nicht ins Boot, ne. Das ist gewiss. Das ist gewiss. Best keep moving. Hier. Hallo? Das sieht gut aus. Jeder in. Ich denke, runter. Okay, so jetzt was? Wo sind wir nach? Dann schauen wir an. Wer ist mit dem Weg rein? Hier. Gib mir nur ein Moment. Batterie? Bensin? Wo können wir ein bisschen Strom finden für das Boot? Es gibt eine Beziehung von dem Spielplatz, hier. Wenn sie Strom Strom haben, wäre das wahrscheinlich wo es sein wird. Was ist mit der Medizin? Hier. Die Nürzungsstation. Wir benutzen sie als eine Medizierung. Wie wissen Sie das? Das macht Sinn, nicht wahr? Aha, muss ich mal verraten. Okay. Ich mache die Runde in der Beziehung für die Führung. Es wird schneller, wenn ich mit dir gehen. Ich kann dich direkt nach dem. Ich komme auch. Nein, zwei Leute ist genug. Du, hier. Verste, ob du die Art von den Armeisen kannst, die wir brachten, um die Tür öffnen. Wir müssen uns rauskommen. Ich gehe für die Medizin. Ich komme mit dir. Ich weiß, was zu nehmen. Okay. Ich glaube, das bleibt mir, um uns eine Batterie zu finden. Ich gehe mit dir. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf Wiedersehen.